Was geht ab YouTube, euer Onkel Sebi hier und herzlich willkommen zu einem erneutem Video. Ich bin gesundheitlich leider nicht so gut auf dem Stand momentan, deswegen entschuldige mich im Vorfeld schon mal, dass man in den Videos hört, dass ich nasal bin und auch die Tonqualität nicht so gut ist. Ich hoffe aber euch da draußen geht's allen super gut, ihr seid gesund, munter und topfit. Ähm, ansonsten, ja, damit ihr auf jeden Fall schon mal wisst, wir werden heute Ready or Not zoggen. Ich würde sagen, lasst uns nicht lange schnacken, lasst uns reingehen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Let's go! Ich komm noch nicht an den ran, ich komm noch nicht an den ran, ich komm noch nicht an den ran mit meinem Rauch. Gib den einfach am Kopfschuss. Nee, ich komm nicht an den ran, wer schießt, wer schießt. Micky hat auf mich geschossen, die kleine Drecksau. Ich bin drinnen. Ich hol mir die Zimmel. Basti, was willst du von mir? Hör auf zu schießen, Jungs. Die Geile sind hier drinnen, Alter. Oh, das soll ich nicht an der Morgenangst zu schillen. Hör jetzt ab, du Pedder. Ich muss ruhig nicht mehr. Sicher dich. Ach, die kommt schon mir, die kommt schon mir. Sicher, die Kuh, deine Ecke, deine Ecke ist hier sicher, Junge. Das sollst du direkt für den Rumpen nicht stellen, oder was bist du für ein Bulle? So, was? So, Mutter, komm mal her, bleib auf mir. Einer hat sich durch eure Schiss hier drin schon abgehauen. Chill, man, Junge. Da warst du jetzt da ganz schön recht. Guck mal, guck mal, hier, Basti. Guck mal, hier hinten, da habe ich eine Geisel. Oh, ja. Ja, Basti. Ja, habe ich schon. Ja, warte, Basti hat hier eine Geisel. Wir sind hier hinten. Alles gut, Junge, macht mal. Ich habe da noch ein paar. Wir rechts durch. Basti schon. Basti, Geisel. Basti hat sich schon genommen. Hattet ihr mal die Leichen anguckt? Hier drinnen liegen ein, zwei Leichen. Kein Verdächtiger in Sicht. Habt ihr die Geisel festgenommen? Ja, passt, glaube ich. Hoffe ich. Ja, habe ich. Ja, klar. Tür ist offen. Zwei Leichen, die müssen wir durchkommen. Links ein, die Tür, vorne links ein, die Tür. Stimmt. Theoretisch muss einer von uns immer in eine andere Richtung laufen. Nicht zu dritt, Tigger. Der ist auch so. Ich bin hier rechts. Sie macht die Tür zu. Oh, die sind voll für die Türen, ne? Das ist richtig gefährlich, Tigger. Der ist auch ein Krankenhaus, ja, ne? Wir bräuchten mehr Türstocher, wie Idioten. Okay, hier vorne links, komm mal mit zum grünen Licht hier. Und dann links um die Ecke mal noch eine Tür, sonst ist die Autor gesichert. Und wir haben hinter mir noch eine große Tür, ne? Hier ist ja noch eine Tür. Ich schau immer durch. Hier kommen wir, hier, durch die kleine Tür kommen wir auf den großen Flur. Ganz rechts ist eine Treppe rauf. Digger. Open das Tor. Wer war das? Was ist die? Oh, no, man. Man! Nee, du... Kann ich mir nur einen vorstellen, der den Headshot verpasst hat. Aus der Hüfte, Junge. Der hat eine Waffe gezogen, du Penner, Alter. Ich hab dich nur geschützt. Nee, nee, ich muss nicht geschützt werden. Nimm dir fest. Ich schichere den langen Gang. Guck mal, ihr könnt ja nicht zu zweit in der Ecke stehen, ne? Einer muss geradeaus gehen, aber... Micky, gut mit zu, wie ich den verbinde. Wir müssen nur sagen, wenn ich weitergehen darf, ne? Ich schichere nur Treppe. Ich gönne mir gerade eine Dusche. Also, nachdem Basti nichts gesagt hat, ich laufe einfach mal, ja? Ja, weil wir sind auch Türen, Digga. Ja, wir sind im Krankenhaus, Leute. Micky, du bist der Einzige, der sich hier auskennt. Was ist das? Wo bin ich hier? Nee, nee, wir sind beide wieder da, okay. Wieder ein paar Türen sind wir gekommen, glaube ich, oder? Ja, ich bin zu der Außentür. Ja, ja. Ich denke mal, wir müssen hier lang hoch. Treppe, ja, ja. Basti, ich guck unten durch. Ich guck doch schon. Digga. Mach die einfach auf, Digga. Wir stehen da mit unserem Tendenskop, Alter. Jetzt wird noch prozentig jemand drin, komm hier vor. Damit er erschossen wird, wie es zum Beispiel. Schreit das Stück Metall an. Ja, dass man hier runter ist, die nicht umbearbeitet werden oder so. Hier ist der Krücke, kann ich die alte Waffe nehmen? Es ist schade, dass die Patienten nicht beatmet werden hier. Die sind alle tot, die hier sind. Einmal Hände desinfiziert. Wir müssen hier gehen, ich arbeite jetzt. Links rum. Ich markiere. Hands up, hands up. Ah, ich glaube, da hinten ist jemand. Ich habe einen Schatten da gesehen, glaube ich. Link ist die Treppe. Wir müssen links die Treppe rauf. Komm mal hier, kannst du auch. Ja, komm mal rein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ihr wollt mich nie vorlassen. Wenn ich gerade hatte, Achtung, wegdrehen. Ja, ihr gebt euch nichts. Wir fahren intensivstation hier. Spaß, nur das Hammer. Der hat sich gerade an wie so eine Bombe. Wir haben die ersten begeben. Ja, dann geh doch hin, Dinger, und verbinde. Nee, da kommt der Tuch. Ich habe noch die Räume, Junge. Heben. Aha, was ist das denn? Ich laufe nicht mehr vor einfach. Bei mir werden einfach Türen geöffnet, alles, Alter. Nee. Ich bin fest hier. Fest geraten, Güter. War hier jemand schon an dem Gang hier? Nee, nee, nee. In dem linken hier, in dem. Ich war schon in jedem kleinen Raum drin, aber hier, in dem Gang noch nicht. Ich dachte, hier steht klappbar. Wo, 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 wo. Dann war da für sich immer noch an die Tür. Wenn die Grenade kommt, wenn die Grenade kommt. Backdrehen. Dann war da für sich aber noch an die Tür, oder? Ich hab mich eine Tür geöffnet. Pass doch, Alter, schon. Alter, gehen wir mit der Brennanatuck wieder rein? Mach mal die Hintertür hinzu, Alter. Hier, eine Brennanatuck für den Raum hinten. Hands up. Wer geht denn da hinterher und macht die Türen wieder auf? Alter,律ache. die war die ganze zeit schon die war die ganze zeit schon oft ich hab den ich hab mich gerade gerettet den einen hier vorne haben wir erledigt ich bin links auf toilette wir können da links so bei dinge zu hoch gehen ja wenn ihr jetzt hoch wollt ich ja die waffe hier bei mir kann man auch die polizei kommt du bekommst verstärkung wenn es polizei kommt ich habe es runter mit dir du schweinehund dass mich mal hier durch ich bin am brennen hier links auf jeden fall drin ich brenne ich weiß wer von euch am brennen wir wollten zu 4 packen der hat seine hände hoch ich mache das schon hat ich bin froh wie jetzt gleich außer sind falsch mein ganzer körper ist rot außer mein linkes bein war das wenn man jetzt drauf schießt wer hat eigentlich von euch die braune ich habe hier ein alter voll geil über die alter die entlehrt sich jetzt weil ich dagegen geschossen habe das sogar noch drin doch hier rechts kam ich muss ich muss ich hab dich kein wichser ich hab mich umgebrochen ich hab mich umgebrochen aber ich hoffe wir können schon auch wiederbeleben wenn wir so schnell wenn wir nicht kommen ich hab mich umgebrochen ich hab mich komplett randaliert hihihi und und Daniel ballert auch mit drauf ding i digger ich hab eine gugeln nach vorne abgegeben ich kriege mich direkt mit dem Micky auf einmal umfallen jag ich dachte er war's die feierte mit vor uns ich schieße einfach vorne in den weg komm komm du hast also nicht genug mein freund ne der trägt was vor der fresse alter was sagst du micky komm raus wieso rennen die hier alle wieso kinder alter die schießen oder rennen die hier alle weg der nächste bombe gefickt ich bin profi ich wäre da gewesen ich wäre da gewesen ja ich habe gehört ich bin profi micky du hast doch vorkst zappen gehört das macht er nicht so was was hast du das die bombeinschaft noch nicht mehr da ballert jetzt drauf suspect ist er ist einfach hinterher an der ecke gestört worden er die gerade mussten du musst mir erdecken geben wenn ich glaube du bist nicht mehr witzig ich war in einem schaden ja das kann er sich von hinten angreifen woher ich gewinne schon keine deckung die gab für mich katholischen deckung geben katholischen derzeit auch noch besser derzeit Hier drin sind welche? Die sitzt jetzt einfach TNT hier drin. Warte, aber erstmal... Hä? Ne? Hä? Okay, ne. Oh, 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 oh! Uiuiui, warst du das? Ich nicht, ne. Ich hab nochmal Geisel gesichert gerade. Wo bist du, Laje? Ich, beim Pint. Leute brauchen Hilfe! Ich hab dich abgeholt. Warum? Warum? Hast du Hilfe? Ich hab dich abgeholt. Ich hab dich abgeholt. Das ist Talk. Ich hab dich abgeholt. Ich hab dich abgeholt. Digga, wo bist du, Alter? Oh, ich wollte dich gerade abschießen, Digga, ne? Boa, Junge, hast du gerade Glück gehabt, Alter? Ich hab dich abgeholt. Sagst du auch nix zu Penner? Ich bin ja auch konzentrieren. Du bist halt geiselben Basti. Das ist kein Spaß. Wieso geht es sich schon wieder runter? Gucken hier. polize hands up kontakt kontakt ja reicht mir schmeißt das TNT weg da ich krieg noch nicht mehr mit wenn ich TNT schmeiße pass auf hier sind auch noch welche hey wie hab ich denn jetzt eine sperre gerade eben gehabt ja danke für mich von links von links irgendwo ach du bist das Digger ey ich sicher dich von hinten alter man kann mich nicht von hinten sichern ne kann das sein ja ich hatte gerade Angst Digger ich hab auch so recht verstanden ja denkst du ich warte eine halbe Sekunde ne bitte du gehst jetzt langsam mal rein und sag was oder nicht ja doch immer wenn der reingeht ja wie gesagt das dauert das spiel ich glaub ich geh schon mal aus das spiel raus ne ne boah jetzt richtig dunkel Länger bei mir kommst du mit ja bitte ich bin unter Weg schon ich schießen wir sind hier ich bin hier ich bin hier nicht Folks komm 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 Angst um ich hab da jeden umgang oh geh doch durch mann geh mal weg, jetzt mach ich mal wo ist er denn? raus ja guck mal ich komm, die kleine Dänze haut wieder ab die müssen schon als ich mit mir nicht anhängen oh nein, nicht hier zu machen hier rtl am pc, der ist gar nicht an boah digga hier ist gerade hier sicher Digga, wenn jemand vorhin läuft das so kacke, dann kann man nicht mehr schießen ich hab granate in den raum einer ergeben entschuldige zu mir oi hab ihn hab die kleine Drexler deswegen geh ich niemals in so'n Gang einfach vor man kann die Geisel einfach zu sich holen und ausschlecken was sie dafür darfst nur sitzen ist noch das ist doch nicht schlimm Digga ich hab doch gerade super reagiert Digga wie schwer das hat der Micky? äh 20 Uhr Zeit zum aufgehen nach ne Stunde warum schießt du noch mich? ich hab mich geschossen Digga du hast auf mich geschossen nein hab ich nicht hat er ne Waffe? was ist mit dir? er hat er wirklich ok hast du dich denn da auf dem Boden? ja ok ich hab mich so nicht oh was er jetzt meint ja nicht so wie du ich bin abgehauen direkt das kannst du mir vorwärten haha ok lass uns mal hier lang wo bist du? da sind wir doch irgendwo rum oder? ne hier sind wir noch nicht rum oder? oh doch 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 du waren doch hier schon ja aber oben das ging mir wie schon mal zählen oh die Treppe oben haben wir doch nicht ne ne get on the ground now police get your hands up aha ok hands up wow was will die denn? die nervt gerade police get down let me see those hands put your hands up and get on the ground police hands up now get down on your knees get down on your knees hands up down on the ground move ja hier waren wir doch auch schon get down on your knees ja doch die Treppe sind immer wieder runter gegangen also guck mal auf die Ziele ich weiß nicht wie das geht mehr knapp alle Zivilisten und den Anführer noch verhaften nach so verhaften ne aber ne also nicht äh ja du schüttchen hier um ja ich hör was put your hands up put your hands up hands on your head now hands up drop your knees get on the ground now get down i wanna see hands put your hands up put your hands up police down on the ground wollen wir hier nicht auch schon aber hier ist doch noch eine Tür ne hier ist das CT hier waren wir noch nicht put your hands up hands up do it now put your fucking hands up doch hier waren wir auch schon hier sind so viele festgenommen den Raum wo ich jetzt gerade bin wollen wir nicht get down i wanna see hands ich hör hier sind noch Gegner bei mir put your hands up die kommen gerade auch sogar down on your knees ach du bist da Digger 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 ich bin tot rot alter ich hab einfach kleine Schüsse von Gegner abgekommen einfach nur das die zerstört mein ganzes Leben Digger dann gib mir doch endlich die finale Kugel da kann doch nicht sein Boah Digger Jungen der Spiegelbild sah gerade aus von der Jungen her der Snack hat immer wir haben uns verlaufen Jungen wir wissen nicht mehr wo wir hin sein wir haben ja unseren Krankenhaus erfahrenden Menschen nicht mehr dabei ich geh runter nochmal ja ich ja hier auf den Gang hör ich was ja hier hier wirklich noch Regen bei mir grad keine Ahnung ich bin ein höher ich bin fast durch welches Geschoss müssen du ganz unten ganz unten will ich ich bin Schockpack 3 bist in den Keller gerannt oder was oder Tiefgarage wieder ja ganz unten will ich wie gesagt also Tiefgarage da war Autos stehen die Treppenhäuser ich geh viele Treppenhäuser hier das war ein Problem guck auf meine Kamera ja guck weg eins aber nicht ganz unten talk one suspect back down responsiv talk two element copy DFTs and trailers are standing by das Ding ist ich hab keine Blinkranaten mehr mhm get down keep your hands up aber ich hab noch ne 10 T boah digger ey erschreckt mich doch nicht so ich wollte grad wieder schießen alter ich hab noch mal mit dir ne du hast mir gleich so kommen ich nimm die fest die meint so oh thank you oh ne hat die Tür geöffnet ich hab geöffnet boah ich wollte da grad hier in Teere einschmeißen ne doch nicht vor dir wir haben viel zu viele Türen links geradeaus und rechts wenn du TNT reinwirfst oder zumindest was heißt ich stück nach links ich stück nach links rechts gesichert jaja digger Basti du hast nur eine Aufgabe ich bin nach links gegangen um rechts zu sichern kann man an den Bären gucken ich hab kein Ding uns mehr ich hab kein Ding uns mehr äh mein ich nicht hab ich dir mal geschickt ne du hast Amazon immer neu geschickt nein 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 bin ich mir sicher nein nein kann man denn auf RTL Plus gucken oder? jup ne ne ich hab das Prüfmal geschenkt der RTL Plus steht hier auch nicht drin im Suchfeld auf ich hab das Prüfmal geschenkt ich hab das Prüfmal geschenkt weiteres ich hab das Prüfmal geschenkt nicht zu Hause ich habe das Prüfmalen ich habe das Prüfmalen im Aufmerksamkeit Schwer ich habe das Prüfmalen oder nicht zu Hause ich habe das Kilo Ja, meine lieben Freunde, das war es jetzt vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Abo oder mehr und vor allem ganz viel Liebe in den Kommentaren. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, einen schönen Tag noch. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Haut rein!